Als Schwarz-Weiß-Prinzip bezeichnet man in Deutschland eine über zahlreiche Maßnahmen erreichte Trennung von schmutzigen, schwarz- und sauberen Weiß- bzw. Außen- und Innenbereichen. Durch dieses Prinzip soll eine Verschleppung von unerwünschten Stoffen insbesondere durch Personen vermieden werden. Das Prinzip wurde in den 1920er Jahren im Bergbau eingeführt, wo es zunächst nur darum ging, den sehr schmutzigen Arbeitsbereich und die entsprechend verschmutzte Arbeitskleidung von der sauberen Alltagskleidung fernzuhalten. Eine weitere wesentliche Bedeutung hat das Schwarz-Weiß-Prinzip heute im Bereich der Hygiene, um die Übertragung von Krankheitserregern zu vermeiden. So wie bei den Kontaminationsplätzen-Zivil- und Katastrophenschutz-Prinzip. Wesentlicher Aspekt des Schwarz-Weiß-Prinzips ist die strikte Trennung von schmutzigen, schadstoffhaltigen oder verkeimten Stoffen oder Gegenständen von dem sauberen Bereich. Hierzu gibt es zweifach weitgehend identische Umkleiderräume, die nur durch eine Dusche getrennt sind. Der Arbeitnehmer betritt im sauberen Zustand den Umkleideraum Weiß, entkleidet sich dort vollständig, geht dann in den Umkleiderraum Schwarz, indem er die unreine Kleidung anlegt, kommt er schmutzig oder verkeimt zurück, dann geht er in den Umkleideraum Schwarz, entkleidet sich wieder vollständig, geht in die Dusche und nach dem Duschen in den Weißen Umkleideraum, wo er die saubere Kleidung wieder anlegt. Dieses Prinzip wird auch umgekehrt angewendet, sodass der Außenbereich mit der Privatkleidung als schmutzig-Schwarz in Bezug auf den sauber zu Haltenden Innenbereich angesehen wird. In diesem Fall sind ebenfalls entsprechende Maßnahmen zu treffen, sodass über den Körper keine Verschmutzungen eingeschleppt werden. Verbreitung Durch seine hohe Effizienz hat dieses Prinzip nunmehr auch außerhalb des Bergbaus eine hohe Verbreitung. Weitere Einsatzbereiche sind heute die Abwassertechnik, aber auch bei Umgang mit gesundheitsschädlichen Stoffen. Große Anlagen der industriellen Landwirtschaft setzen es aus hygienischen Aspekten ein. Im solchen Fall ist das Schwarz-Weiß-Prinzip für jeden landwirtschaftlichen Betrieb verpflichtend vorgeschrieben. Laboratorien müssen unabhängig von ihrer Größe, je nach Verwendungszweck, eine Schwarz-Weiß-Trennung einhalten. Ähnlich der Bedeutung im Bergbau wird das Schwarz-Weiß-Prinzip im Bereich der Altlastensanierung angewendet, so etwa bei der Sanierung von Asbest. Einem abgesperrten Schwarzbereich, in dem mit und auf kontaminiertem Material gearbeitet wird, ist ein Weißbereich vorgelagert. Im Übergang der beiden Bereiche befinden sich Lüschen und oder die Kontaminationsanlagen, die das Ablegen der Schutzkleidung und die Reinigung erlauben. Der Weißbereich darf in solchen Fällen vom Schwarzbereich aus nicht ungeeinigt und mit Arbeitskleidung betreten werden. Das Schwarz-Weiß-Prinzip wird in entsprechenden Regelwerken vorgeschrieben, zum Beispiel in der TRGS 524 und der TRGS 519. Ähnliches gilt auch für von Hilfsorganisationen im Rahmen des ABC-Schutzes einzurichtende Dekontaminationsareale. Dort kennzeichnet der Begriff Schwarzbereich den Bereich vor der Dekontamination. Wohingegen mit Weißbereich das auf der anderen Seite der Dekontaminationsanlage befindliche reine Gebiete bezeichnet wird. In vielen Fällen wird der Arbeitsbereich als Weiß vom Schwarzen Außenbereich getrennt, es ist also immer nach Anwendungsgebiet bestimmt. Ob Weiß den Innen- oder Außenbereich beschreibt, Schwarz-Weißgaue im Bergbau. Dem Arbeitsbereich vorgebaut ist die Waschgaue. Sie besteht aus zwei gleichgestalteten Umkleideräumen, Meisthallen, zwischen denen sich ein Reinigungsbereich, üblicherweise mit ausreichend vielen Duschen, befindet. Der Bergmann betritt zu Arbeitsbeginn den weißen Bereich, indem er seine saubere Alltagskleidung auszieht und sie an einer Kette hängend mehrere Meter unter die Decke zieht. Anschließend geht er nackt in den schwarzen Bereich, der ebenso gestaltet ist wie der weiße Umkleidebereich, und lässt seine Arbeitskleidung von oben herab und zieht diese an. Ab nun befindet er sich im schwarzen Arbeitsbereich und nimmt dort seine Arbeit auf. Nach Schichtende entkleidet er sich wieder im schwarzen Bereich und reinigt sich in den Duschen zwischen dem schwarzen und weißen Bereich. Danach geht er in die saubere Umkleidehalle und zieht dort seine saubere und an der Hallendecke zwischenzeitlich gelüftete Privatkleidung wieder. An Schwarz-Weiß-Prinzip in der Wie-Wirtschaft Der schwarze Außenbereich, der als potenziell mit Krankheitserregern kontaminiert angesehen wird, soll so vom weißen Innenbereich getrennt werden, das eine Übertragung von Krankheitserregern erschwert oder verhindert wird. Arbeiter müssen sich vor dem Gang in die Stallgebäude in einem schwarzen Umkleiderraum komplett entkleiden, gelangen durch eine Dusche in einen weiteren weißen Umkleiderraum, in dem sie ihre Arbeitskleidung anlegen. Alle Personen, die in den Stall wollen, müssen durch diese Hygieneschleuse. In großen Betrieben gibt es für beide Bereiche einen eigens bestimmten Fuhrpark, bei kleineren Betrieben ist es zulässig, aus dem Schwarzbereich mit Fahrzeugen durch Desinfektionswannen einzufahren. Die Ställe mit Schwarz-Weiß-Trennung sind untereinander mit geschlossenen Laufgängen verbunden. Die Einhaltung des Schwarz-Weiß-Prinzips ist in Deutschland gesetzlich geregelt. Anwendung in der heutigen Technik Die Erstellung und Bearbeitung feinster Strukturen in der heutigen Technik verlangt sehr saubere Umgebungen. Daher werden zum Beispiel Halbleiterschaltungen und Festplatten in Reihenräumen hergestellt und bearbeitet. Hier wird wieder auf die ursprüngliche Idee der Trennung zwischen sauber und schmutzig zurückgegriffen. Allerdings wird nun der Arbeitsbereich als sauber, weiß und nicht wie ursprünglich im Bergbau als schwarz betrachtet. Daher werden in der heutigen Technik verlangt. Das ist ein anderes Spiel. Das ist ein anderes Spiel. Untertitelung. Das ist ein anderes Spiel. Das ist ein anderes Spiel.